Ja, vor uns kommt gleich die neue Brücke. Die Brücke müsste seit einem Tag fertig sein, in den Betrieb genommen wurde sie mindestens in 20 Jahren die alte war morode. Das Holz war verfault, wieder auch zerstört durch Menschen. Die neue Brücke. Und die alte hier rechts im Container. Ja, vor uns die neue Fuß- und Radbrücke von Ludenhofen kommt nach Heuchelheim wieder. So drüber fährt nichts Spektakuläres, aber es rollt. Der Fußweg hier ist für die Radfahrer freigegeben. Und das ist für die Radfahrer freigegeben. Und das ist für die Radfahrer freigegeben.